Wisst ihr, was cool ist? Wenn man einfach nicht merkt, dass die Tür schon längst offen ist. Die Reihenfolge waren Nord-Ost-Süd-West, also von oben nach unten, von der Tonlage her auch. Na gut, hätte man auch ohne Code lösen können entsprechend. Was uns hier erwartet, ich sollte mal noch ein paar Sachen anschmeißen. Mal den Zauber verändern. Schrappnähe wird so passen. Genau wie Seelensauber und geteiltes Leben. Wenn ich den Ganzen mache noch Heldentum mit Segen an, dann bin ich auch zufrieden, meine Güte. Was soll schon passieren? Obwohl, wegen der Übersichtlichkeit fackele ich mit magisches Auge. Dann gibt es hier einige Schätze zu finden, aber der Hauptaugenmerk ist eigentlich, dass wir nur eine Maske zwingen sollen. Die Feinde hier sind billige Liche und ein paar Vampire, also wirklich gar nichts Großartiges. Hat ja irgendeinen speziellen Namen, ist einfach nur Lichtkönig. Und der Gute kann Drachenhauch. Gefährlich, aber nicht tödlich. Im Gegensatz zuvor ein paar Leveln, wo mich das noch vollkommen umgenockt hat. Im Weinkeller, falls ihr euch erinnern solltet. Sehr schwach. Die Feinde sind alle besiegt in dem Fall. Also der Dungeon ist in dem Fall echt zahm, sagen wir mal. Absolut wertlos. In einer der Kisten oder Sarkophage müsste sich das Ding eigentlich finden. Hoffe ich mal. Der Sinn heil, ne? Den brauche ich jetzt, nachdem ich das Rätsel nicht lösen konnte. Absolut wertlos. Hier findet sich ein Schlüssel. Na, kann man verkaufen. Es braucht nicht viel Platz, von daher lohnt sich das Ganze irgendwie. Absolut wertlos. Der Rest ist Müll. Hier ist generell nicht so tolles Zeug drin. Von daher, hm. Der Hauptaugenmerk ist wirklich die Sache, den Code zu knacken und dann auch hierher zu finden. Interessant gemacht, aber... Es bringt ja nichts, wenn ich stundenlang umrätsel und Codes knacke. Das wäre ja nur mindermäßig interessant. Und ich werde mein Augenmerk mal eben nicht auf diese Maske oben rechts richten und erstmal den Rest identifizieren. Aber na gut. Die Schattenmaske ist irgendwie... Toll, man kann sie auch aufsetzen. Uh, ich bin Zorro. Und... Ha. Einfach nur. Damit wird die Aufgabe gelöst und wir können uns wieder bei den Typen melden. Sehr schön, oder? Jedenfalls... Jedenfalls finden wir noch ein bisschen Geld. Das kann ich auch gebrauchen, denn mir steht eine große Menge Ausbildung bevor. Und demnach teleportieren wir uns wieder... Teleportieren wir uns... wieder in die Grube und gehen wieder dort, wo wir eben waren. Sollte kürzer auf die Leerwägele kürzer sein. Und Lava Jogging ist ja inzwischen auch eine beliebte Sportart unter den Grubenanwärtern, wie man schon sieht. Deshalb sollte ich mich da nicht so anstellen und dasselbe Unselbiges betreiben. Gut, der Typ war in dieser Tür gewesen. Ninja-Aufgabe. K.K. Thanks. Ha, gut gemacht. Niemand kann behaupten, es gäbe etwas Wichtigeres als sein Ziel zu erreichen, ohne dabei Schwäche und Feige zu verteidigen. Ich ernenne hiermit alle Indizierten zu Ninja-Meistern und alle Unglaubigen Indizierten zu Ninjas. Achja, behaltet ruhig eure kleine Beute aus der Gruft. Schließlich war das Ganze ja nur eine Übung. Ich bin ein Ninja. Und ich bin kurz vorm Sterben. Jedenfalls hätten wir das auch geklärt und ich will nicht wissen, wieviel Level ich erreichen kann. Ich bin Level 72, ich kann Level 77 werden. Ach du... Schönes Ding, sag ich nur. Schönes, schönes Ding. Ja, war klar. Braucht ihr ein bisschen über? War klar und es könnte vom Geld her echt knapp werden. Aber ne, es sieht gut aus. Also, also, also! Haben wir genug gefunden, das passt. Ich bin auch in der Grube beliebt, das macht die Preise ganz praktisch und kurz die Punkte an. Ich kann es nicht fassen. Wofür soll ich die alles reinstecken? Auch wenn ich die, je nach Fähigkeit, nach drei Punkten wieder alle weg habe, die ganzen Dinge, aber na gut. Sechster Sinn kann ich eh nur meistern. Ich kann sie auf 10 bringen, damit es komplett ist. Entschärfen bringt mir sowieso nicht mehr was, da ich das eher plus x Millionen habe, dank diversen Ringen. Lernbrinklis Kondition noch ein, vielleicht ein Punkt auf 10 hoch. Waffenmeister und mir fällt nichts mehr ein, was ich nehmen könnte. Lena Großmeister müsste ich mal werden. Das müsste ich wirklich mal werden, aber hm. Ich bringe mal Stehen auf Großmeister. Jetzt habe ich es auch komplett. Egal, wie sinnvoll es erscheinen mag. Ähm, bei dir bin ich mir auch nicht mehr ganz sicher. Kondition, warum nicht? Lebenspunkte sind hilfreich und es gibt ja immerhin noch 18 pro Stufe. Ja, etwa. In Richtung 20 habe ich immerhin das auch soweit. Schatten oder Körper? Hm. Eigentlich Schatten, aber ich könnte sicherlich mal ein bisschen Meditation brauchen. Denn man braucht ja sein Mana und Kondition bringt glaube ich nicht so viel HP bei dir leider. Schatten, Körper... Jetzt bringen wir Körper auf 20, wo auch Richtung. Und bei dir... Hm. Schatten wäre ganz passabel. Meditation ist auch 12 ganz passend. Ich bringe Monsterkunde auf 10, oder? Ich habe meinen, ich habe meinen 23... Dann habe ich endlich mal jemanden, der Monsterkunde kann. Dann lächelt er auch der Nächste auf Großmeister. Schattenmagie kann nie hoch genug sein. Deshalb packen wir noch einen Punkt da drauf und... Meditation bringt er immerhin noch 18 Mana. Warum nicht? Dann reparieren wir das Ding noch eben fix... Wenn ich dafür Platz finde. Wir müssen etwas loswerden. Von welchen sind diese beiden Dinger los? Ich meine, ich habe eh gerade mein ganzes Geld ausgegeben. Beziehungsweise brauche ich ja offensichtlich nicht mehr Geld, als ich gerade schon habe. Gut wie neu. Kein Platz mehr. Wie breit ist das Ding denn? Das ist ja nicht zu fassen. Und das sollte erstmal in dem Aspekt reichen. Du könntest eigentlich auch Schild lernen, oder? Ich glaube schon. Das wäre ganz praktisch für dich, aber... ... ... ... ... Was mache ich denn jetzt noch? Der Zauberladen? Ich glaube, dafür bin ich zu arm dran. Mir fehlt ja eh nicht mehr viel. Ich meine, die Zauber, die da fehlen, die sind... ... ... und die das nicht mit der Rede wert, habe ich schon schwere Zauber eigentlich. Habe ich auch. Der ist eigentlich auch gar nicht mal schlecht, denn... ... 25% richtet der... ... von den aktuellen Lebenspunkten generell an plus 2 pro Fähigkeit. Das sind derzeit also knapp 50% mit 45. Also, ich kann jemanden halb leer schießen damit, aber da... ... wenn man dann betrachtet, dass ich die stärksten Feinde des Spiels mit einem Schraub schnell schon... ... halb leer schießen kann und das auf Charaktere mit den höchsten HP überhaupt sich bezieht... ... ist klar, dass ich da auch bei Schraub schnell bleiben kann. Auch wenn Erdmagie auf 20 entsprechend auch mehr Schaden anrichten würde, aber... ... hm... ... für einen Zauber ist das ein wenig... ... hm... ... ich weiß nicht. Was wir noch tun können, es verbleiben zwei Aufgaben. Die 10.000 Gold Prämien und... ... äh... ... die Endaufgabe. Was ich aber noch sonst tun könnte, wäre nach Affleet zu reisen und mal die Titanenfestung auszuräumen. Wegen Artefakten oder Ähnlichem, aber... ... das Ganze ist eigentlich nur nebensächlich, denn... ... meine Rüstungen sind die besten. Hm... ... ich weiß nicht. Das ist nicht unbedingt notwendig und... ... demnach würde ich es dann doch lieber weglassen oder zumindest... ... dann danach machen, denn es ist eigentlich nur noch ne... ... letzte Sache, sich aufzurüsten und zu gucken, wie gut man da durchkommt. Das ist nicht mehr wirklich nicht mehr wirklich essentiell. Ansonsten ginge noch auf einem hohen Level die Arenen durchzukämpfen. Dann die wimmeln nachher nur noch so von Drachen und das macht die Sache relativ spannend. ... aber ansonsten bleibt mir echt nur noch die Endaufgabe zu erledigen und... ... und... ... naja... ... ist ein bisschen mager in dem Sinne. Na gut, wir verkaufen noch den restlichen Spaß, den wir hier haben. Ich meine, es ist alles nichts Großartiges mehr. Die Teule brauche ich auch nicht mehr. Und das ist alles in Ordnung. Magieland wäre eine Idee wert, aber... Hm... Hm, hm... Was mache ich jetzt. Wie gesagt, Endaufgabe oder... ... oder Titanenfestigung und wisst ihr was. Das liegt beides im selben Gebiet und ich komme mal beides nicht dran. Ich werde erst mal... Ich weiß, was ich als nächstes tun werde. Ich bewege mich jetzt persönlich nach Tullarianischer Forst, aktiviere persönlich meinen Fliegenzauber und kommentiere exakt die Sachen, die ich gerade tue. Ich denke, wir machen noch ein bisschen Licht an, wenn er gleich wieder dran sein darf. Wir machen das Licht an. Und, 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 und bewegen wir uns Richtung Nord nach Evli. Denn es gibt effektiv drei Sachen, die ich in dem Gebiet gerne tun würde. Nummer 1 wäre entsprechend die Titanfestung. Nummer 2 würde sich unter Wasser auf eine Aktion beziehen, auf die man vielleicht nicht direkt kommen würde, aber man wird schon sehen. Man wird schon sehen. Ich denke, das Licht ist wieder aus. Es ist auch eine dumme Tageszeit. Wir werden erstmal die Titanfestung erledigen und dann gucke ich, ob ich danach das etwas ungewöhnlichere tue, was noch ansteht vor der Hauptquest. Und, naja, die Festung kennen wir ja bereits. Es gibt ja einen großen Einstiegsbereich im Vorraum. Nichts wie ein hier. Und die können wir mal ausräumen. Ich meine, was spricht dagegen? Wichtige Zauber wären Schutz gegen Magie. Schild auf jeden Fall. Dann kann ich für den Fall auch mal Helden tun und Segen aktivieren. Ähm, was wollte ich noch auf jeden Fall drin haben? Regeneration. Ganz wichtig. Am besten für alle. Dann Schutz, dann Luftresistenz ist wichtig. Regeneration auch für dich. Dann überlege ich noch, Tag der Götter zu holen wäre optional, aber... Hm. Segen. Dann packe ich mal Steinhaut rein. Ich muss ja nicht jedes Mal getroffen werden, wenn ich angeschossen werde. Gibt es inzwischen auch einen Bonus von wie viel? 15. Könnte besser sein, aber na gut. Ich will mich nicht beklagen. Ein letztes Mal wegen der Regeneration und dann... ...würde ich fast behaupten... ...fehlt mir nicht mehr viel. ...schnellst du aber auch verändern auf... ...Schrapnellü? Ist es schon Schrapnell? Ich würde gerne für dich Schrapnelll auch haben, aber das habe ich nicht. Und das ist blöd. Machen wir Drachenhaut. Alles klar. Und mit dir... ...nehmen wir einen Blaster. Und ich denke mal... ...ja doch. Auge habe ich vergessen zu aktivieren. Das denke ich mal. Fackel ist auch aus. Das soll ich auch noch verändern. Und dann legen wir mal los. Ich meine, was soll passieren? Gegen Drachen haben wir schon gekämpft. Ich sollte aufpassen. Au! Au, au. Da fällt mir gerade was ein. Drachenhaut ist verdammt gefährlich. Das fällt mir ein. Also erst mal bleiben wir im Färker, wo er will. Lassen wir es damit. Habe ich eine Idee, wie wir es machen? Dann nehme ich mit dir statt Schrapnelll lieber Giftwolke, auch wenn es nicht so stark ist. Der Zauber ist an der Zwerge. Oh, ich könnte hier einfach... Wow, 230 Sekunden mit Drachenhauch. Ich könnte auch einfach mit beiden Drachenhauch nehmen. Und hier ist der Monolith. Ach nee, das ist einfach eine Säule. Ich dachte schon, das wäre der Monolith gewesen. Der hat uns noch fehlt. Denn wir haben doch nicht alle Obelisken, die wir brauchen. Nicht nett und gar nicht mal schlecht. Edelschlein nehme ich auch gerne mit. Seid ihr resistent dagegen, oder warum hat es gerade so wirklich stark angerichtet? Wow! Nichts gegen Schatten war die Zusagen. Boah! Wie viel das anrichtet. Aber du gehst kaputt. Und du gehst auch kaputt. Wow! 300! Wow! Das hat sich gelohnt, dass du furcht bist und das stets noch heißen kannst. Einziger Nachteil, wie greifen du die Trüge an? Hä? Warum? Hm. Einziger Nachteil, es kostet verdammt viel Mana. Ein Grund, warum ich mich ein wenig auf Meditation festgesetzt habe. Und, ne, noch ist es nicht Zeit für geteiltes Leben. Aber greifst du nur Paladine an, oder wie darf ich das verstehen? Ich denke mal, dass ich doch die Waufgift wohl kaum steige. Ist nicht so stark, ist aber deutlich billiger. Ich glaube auch, dass man sich davon schneller erholen kann. Und, dass meine Sachen kaputt gegangen sind. Und zwar dicke, kaputt gegangen sind. Ach ja, ist ja K.O. Ist ja blöd gelaufen. So. Das ist Klaus, mein Freund. Zitzi von meinem Geschmack. Passt mir. Und Giftwolk ist ein bisschen langsam, aber naja. Hm. Du hast echt ein bisschen wenig Mana für solche Reaktionen. Aber gut, was tue ich jetzt? Ich heil noch ein Stückchen und repariere erst mal meinen Blaster zurück. Ohne wäre es ein wenig tragisch. Ah, reparieren wir. Boah, es geht ja alles kaputt hier. Und das ist ein Ungerissen, das machen wir um Nahtum. Schön. Regeneration hat sich echt gelohnt. Ein Blut-Titani, die sind ja verdammt gefährlich. Normalerweise. Ich gehe mal in den Nahkampf. Ich habe schon wenig zu tun. Und Moment, doch alles in Ordnung. Und der König ist mit einem Schlag töten, den man gerade hört. Im Nahkampf zumindest. Irgendwann muss man da vertrackt noch weiter aufpassen. Ich habe Gürtel gefunden. Der reinste Plone absolut wertlos. Die Sachen sind nicht schlecht, aber... Ähm... Was soll ich sagen? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe wirklich keine Ahnung. Das Ganze hier ist nicht mal die Herausforderung, immerhin. Sind wir inzwischen am Ende des Spiels angelangt? Ich meine, wann sollen wir da sonst hier reingehen? Nach Ende des Spiels geht auch, glaube ich. Aber warum? Das würde noch weniger bringen, als jetzt hier reinzugehen. Von daher sehe ich da keinen Sinn hinter.